Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum nächsten Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Und wer es vielleicht schon erkennt anhand von dem Bahnhofsoverlay, ich weiß nicht, na, ihr könnt es jetzt mal vor euch her sagen, genau, wir sind hier in Bochum und das ist der Bochumer Hauptbahnhof. Den habe ich im letzten Stream über sechseinhalb Stunden komplett neu gebaut und bin mit dem Ergebnis bislang sehr zufrieden. Was noch fehlt, ist natürlich die Dekoration, aber das fehlt bei mir noch, ja, da fehlt bei mir noch sehr viel. Aber ich möchte mich hier darauf konzentrieren, dass ich Bochum gut nachbauen werde. Die liebe Vanessa wird ja sicherlich auch zuschauen. Ich hoffe, du erkennst den Bahnhof wieder, so einigermaßen zumindest. Und wir werden die Straßen und die ganzen Bahnhofsvorplätze und die Stadtgebäude alle im nächsten Stream oder auch offline werde ich die dann bauen und dann sieht Bochum Hauptbahnhof schon etwas anders aus. Wie gesagt, das ist die Einfahrt, das ist hier die nördliche Aus- und Einfahrt, hier die Schnellfahrstrecke Richtung Dortmund. Musste etwas angepasst werden wegen den Geschwindigkeiten her, das Überführungsbauwerk musste komplett neu gemacht werden. Deshalb fehlen hier auch noch die kompletten Gütergleise. Wenn man es noch erkennt, hier war früher die alte Strecke und etwa hier war das Überwerfungsbauwerk. Das heißt, es hat sich ein bisschen mehr in Richtung Osten gezogen, das Ganze. Aber ich bin mit dem Ergebnis bislang sehr zufrieden. Was auch noch komplett neu gemacht werden muss, ist die S-Bahn-Trasse inklusive Güterbahnhof Langendreher. Da muss ich mal ein bisschen Zeit für mich finden, denn das wird sicherlich mal einen ganzen Abend lang dauern. Auch hier der Knotenpunkt Langendreher möchte ich komplett neu bauen, denn wir haben hier eine 60er-Kurve, das sieht auch nicht schön aus, wenn hier alles gerade ist. Dann hier diese massive Kurve finde ich einfach extrem hässlich. Deshalb wird auch hier noch zusätzlich umgebaut, wenn Langendreher umgebaut wird. Das werden wir dann aber alles in den nächsten Videos sehen. Ja, dann haben wir noch die westliche Auswahl hier für die Regiobahn 46 Richtung Gelsenkirchen. Irgendwo hier wohnt auch Vanessa. Ich glaube, irgendwo... Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall irgendwo hier im Norden von Bochum. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, darf ich das überhaupt? Aber ich denke mal, es ist bekannt, dass Vanessa aus Bochum kommt. Und deshalb freue ich mich auch, wenn du hier das Video anschaust und wenn du ein bisschen die Sachen wiedererkennst. Dann, ich nenne es jetzt einfach mal den Bochumer Westgüterbahnhof. Kommt hier noch hin. Da hatte ich bislang auch noch keine Zeit für. Wird aber alles noch kommen. Genauso wie die ganzen Hügel muss ich angleichen. Denn hier oben verlief die alte Trasse. Denn Bochum Hauptbahnhof war früher vom Endsoils die Elevated Station. Und ja, ich habe mich dann doch anders entschlossen, weil das sah einfach so hässlich aus. Ja, ich habe es einfach komplett umbauen müssen. Dann haben wir hier noch die westliche Anbindung Richtung Essen ab. Essen-Cray-Nord habe ich gestern begonnen, die komplette Trasse neu zu bauen. Denn bei mir liegt alles gern mal komplett zwischen den Bahnhöfen irgendwie in einer Kurve. Das ist aber bei der deutschen Bahn gar nicht so. So eine deutsche Bahn geht geradeaus, dann mal eine Kurve, dann wieder geradeaus. Zumindest wenn sie mal draußen auf dem Feld sind und nicht irgendwo mal, sage ich mal, am Fluss entlang laufen oder so. Das habe ich natürlich alles angepasst. Da gehört dann auch Wattenscheid mit dazu und selbstverständlich auch die westliche Anbindung der S-Bahn. Da haben wir hier einmal Wattenscheid-Höntrop als Hochbahnsteig. Und das erkennt man nicht. Das ist aber ebenfalls ein Hochbahnsteig. Das ist nämlich Essen-Moment-Essen-High-Eyberg. Genau. Dann habe ich schon überall die Brücken eingefügt, hier der Bahnübergang. Es ist alles ein bisschen gestaucht. Also die Strecke zwischen den Bahnhöfen ist auf jeden Fall mal so drei, vier Kilometer lang, würde ich mal schätzen. Aber ja, es ist geschuldet der Karte, logischerweise. Genau. Das ist im letzten Stream passiert. Was ich gerade in Planung habe, ist die Fortsetzung der S4 in Dortmund und die Ausdekorierung in Düsseldorf. Aber das werdet ihr, wie gesagt, alles in den nächsten Videos sehen. Ja, viele Neuigkeiten waren das jetzt nicht wirklich. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Und lasst Feedback da, falls euch das ganze Projekt gefällt. Und schaltet auch im Infovideo ein, das am Wochenende kommt. Denn da gibt es ein paar Neuigkeiten allgemein zum Kanal und zu den kommenden Projekten. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, am Wochenende ein Infovideo. Also, genauso wie am Freitag dann der nächste Livestream ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Übersichtsvideo wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.